Hallo ihr Lieben, heute zeigen wir euch, wie ihr eure Kette sauberer, leiser und sogar schneller machen könnt und wie ihr dabei auch noch Geld spart. Optimizer hat uns nämlich mit Kettenwachs ausgestattet und wir haben das Ganze für euch ausgiebig getestet. Ja, was ist Kettenwachs eigentlich, warum schwärmen alle davon und was muss man aber unbedingt dabei beachten? Wir werden ein bisschen auf die Theorie heute eingehen, aber natürlich das Wichtigste, wie schaut der Langzeittest aus? Ich habe das Ganze hier schon am Schurli jetzt knapp 1000 Kilometer getestet und ich werde euch dann am Ende von Video mein persönliches Fazit geben, Kettenwachs versus Öl, was würde ich dann wirklich empfehlen? Ganz am Ende gibt es auch noch einen Bonustipp für euch, wie ihr am besten und am günstigsten euren Antrieb sauber bekommt fürs Kettenwachs. Ihr habt selbst von euch das Thema Kettenwachs jetzt überhaupt nicht interessiert, ich finde allein schon deswegen, weil das ganze nervige Kettenputzen da mit der Vergangenheit angehört, ist es schon ein spannendes Thema aus meiner Sicht. Hier beispielsweise meine ölige Kette am Rennrad nach ungefähr 1000 Kilometer ohne sauber machen und hier die gewachste Kette nach knapp 800 Kilometer am Mountainbike auch ohne sauber machen. Das Ergebnis spricht für sich, denke ich. Ja, habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Kettenwachs, mit Optimize? Ich habe es auf Instagram schon gehört, dass viele von euch das auch benutzen oder auch von einem anderen Hersteller oder fahrt ihr noch Kettenöl? Schreibt es gerne einfach mal alle unten eure Meinung in die Kommentare. Würde mich total freuen, wenn wir da so ein bisschen Austausch auch hätten. In diesem Video reden wir jetzt wirklich nur über flüssiges Kettenwachs. Es gibt hier richtig auch noch Heißwachs, ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video dann nochmal. Ja, vielleicht noch ein Hinweis zur Transparenz. Viele von euch haben sich das Thema Kettenwachs schon länger gewünscht. Optimize hat uns jetzt hier ausgestattet, muss ich ganz klar dazu sagen und ich bin auch Fan von den Produkten. Ihr könnt es jetzt übrigens auch mit unserem Rabattcode bei Optimize auf der Webseite Verkehr10, glaube ich, kriegt den 10% Rabatt. Und ich muss sagen, das liegt mir auch wirklich am Herzen. Die haben uns extra die Produkte hier rüber geschickt. Wir haben das Ganze getestet. Und wenn ihr euch einen Wachs bestellt, würde es mich freuen, wenn ihr dazu erstmal vorbeischaut. So viel sei an dieser Stelle gesagt. Wir bemühen uns hier um ein neutrales Review. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Video. Übrigens, ich weiß noch gar nicht genau, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt auf jeden Fall irgendeinen Kettenwachs von Optimize gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar da lassen, auf Instagram rüber zu gehen und auf meinem Profil den letzten Post, wo ihr irgendwie eine Flasche Kettenwachs oder so, irgendwas werde ich dann da posten. Liked einfach diesen Beitrag, lasst da auch einen Kommentar da. Und wenn ihr unbedingt gewinnen wollt, ist jetzt optional, müsst ihr nicht machen, dann teilt ihr auch noch diesen Beitrag in eure Story. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie das geht, kein Problem. Lasst einfach einen Kommentar da auf Instagram und auf YouTube. Und dann bin ich mir sicher, wird der glückliche Gewinner das hier ausprobieren und dann auch happy sein mit seinem neuen Kettenwachs. Ja genau, was ist hier der Unterschied zwischen den farbigen Flaschen und so weiter ist, gehen wir gleich darauf ein. Jetzt erst einmal generell zum Thema Kettenwachs. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was euch am meisten interessiert. Die Unterschiede zum Öl, die Vor- und die Nachteile. Und gleich hat die Eva für uns übrigens eine tolle Anleitung vorbereitet, was man alles machen muss, bevor man wirklich Kettenwachs überhaupt benutzen kann. Also gleich die Anleitung dann. Das Besondere jetzt erst einmal vom Wachs, was es auch vom Öl unterscheidet, ist, dass es bei Raumtemperatur oder so wie jetzt eben trocken ist. Öl ist ja immer flüssig, Wachs ist trocken. Das hat einige Vorteile. Wenn wir uns jetzt anschauen, übrigens das Zeug hier, wir können es ja mal aufmachen, das ist jetzt schon in der Flasche flüssig. Ja, es geht eigentlich. Das Wachs hier in der Flasche ist nur flüssig wegen den Zusatzstoffen und nach dem Auftragen verdampft es auch und es wird dann eben auch fest. Also Wachs immer fest an eurer Kette dran. Heißwachs muss man ja sogar erst erhitzen, beispielsweise im Kochtopf. Wie gesagt, können wir uns gerne auch mal in einem anderen Video dann anschauen. Trockenes Kettenwachs hat den Vorteil, dass es sich nicht so mit dem Dreck verbindet und dann nicht so dieser schwarze, ölige Dreck da entsteht, wie halt beim Kettenöl normalerweise. Beim Kettenwachs bleibt der ganze Antrieb sauber. Und das Coole ist, wenn dann trotzdem mal Dreck an das Wachs drankommt, dann fällt das Wachs mit dem Dreck gemeinsam ab. Deswegen bleibt sogar der Antrieb sauberer als der Rest vom Rad. Also wenn jetzt beispielsweise hier so ein bisschen so eine Drecksticht, so ein bisschen Staub drüber ist, der Antrieb sollte trotzdem noch einigermaßen glänzen. Ich glaube, die Eva schaut schon, ob es wirklich stimmt und glänzt es. Ja. Toll. Ich habe es eh schon erwähnt, werde es wahrscheinlich auch noch ein paar Mal erwähnen. Dadurch müsst ihr nicht mehr dieses nervige Kettenputzen machen. Das ist schon wirklich cool, finde ich. Ja, das Thema Sauberkeit bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, und zwar Geschwindigkeit. Die Kette und der Antrieb an sich läuft jetzt einfach leichter. Dadurch braucht ihr weniger Widerstand und seid schneller unterwegs. Es hat allein schon den Grund, dass nachgewiesenerweise eine ölige Kette, die sehr mit Schmutz zugesetzt ist, deutlich schlechter läuft als eine saubere Kette, ist ja sowieso logisch. Und da wir das Schmutzproblem beim Wachs nicht mehr haben, sind wir da eben auch immer flott unterwegs. Es kommt dann aber auch noch dazu, dass das Wachs generell auch leichter läuft, vor allem hier diese beiden. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, was die so besonders macht. Aber nicht ohne Grund wird beispielsweise auch bei der Tour de France und vor allem beim Einzelzeitfahren auf spezielle Kettenwachse gesetzt mit besonderen Additiven. Uh. Welche besonderen Additive da alles drinnen sein können, darauf gehen wir auch ganz kurz ein. Wir haben jetzt schon gelernt, die Kette bleibt sauberer, sie läuft leichter. Und was hat es natürlich auch noch für einen tollen, positiven Nebeneffekt? Watschbaren. Ja, Watschbaren hatten wir ja gerade schon. Sauberkeit. Ja, stimmt auch, aber ich will jetzt auch den... Kosten sparen. Kommt auch gleich noch. Ich möchte jetzt aber auf den niedrigen Verschleiß nochmal eingehen. Das ist ja generell auch bei öligen Ketten das Problem, dass sobald der Schmutz da reinkommt, dann geht es ja eigentlich wirklich los mit dem Verschleiß. Und das haben wir gerade schon erklärt, warum das jetzt hier nicht mehr so das Problem ist. Und dadurch erhöht sich eben auch die Lebensdauer von so einer Kette, was sich dann auch auf die anderen Komponenten, also insbesondere eure Kassette und die Kettenblätter auswirkt. Und den ganzen Komponenten geht es dann dadurch einfach besser. Weniger Schmutz ist im System und so muss man seltener die Kette wechseln und auch die anderen Komponenten. Das ist nicht nur gut für euren Geldbeutel, sondern aus meiner Sicht macht das Ganze auch ein bisschen nachhaltiger, weil so eine Fahrradkette muss ja auch erstmal produziert werden. Und desto länger die hält, desto besser ist es ja auch für die Umwelt. Ja, eine weitere Sache, die ich jetzt so nicht verifizieren kann, aber von Optimize habe ich erfahren, dass eben die Optimize-Wachse hier ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das ist eben der höhere Schmelzpunkt. Das heißt, dass sie auch bei höheren Temperaturen länger fest sind und halt nicht schmelzen. Und das ist eben auch nochmal vorteilhaft für die Kette. Und insbesondere soll es wohl auch dazu beitragen, dass die Kette leiser läuft, und da muss ich jetzt dazu sagen, ich kann jetzt nicht wirklich verifizieren, wie das mit dem Schmelzpunkt und so weiter ist. Das wäre jetzt unseriös, wenn ich das einfach nachreden würde. Aber aus meiner Sicht, was ich nur beurteilen kann, ist, dass ich auch nach 100, 200, wahrscheinlich sogar noch mehr Kilometer nie irgendwelche komischen Geräusche im Antrieb hatte. Ja, eine Sache, die ein bisschen doof ist am Kettenwachs, es ist nicht so weit verbreitet. Das merkt man vor allem dann, wenn man sich beispielsweise eine neue Kette kauft. Die kommen nämlich immer schon vorgefettet. Und da muss man dann das Fett beispielsweise sehr mühevoll erst mal abmachen, bevor man überhaupt das Wachs dann auftragen kann. Bevor sich jetzt die Super-Nerds unter euch wieder aufregen, ich hätte keine Ahnung. Ja, ich weiß auch, es gibt bereits vorentfettete Ketten, die dann vielleicht auch schon gewachst sind. Das ist mir einfach zu teuer, weil das dann immer irgendwie so Nischenanbieter sind. Ich glaube, dass Optimize das sogar auch mal angeboten hat. Ich glaube, mittlerweile geht das nicht mehr. Da würde ich empfehlen, informiert euch einmal, wie man selber entfettet. Das macht dann eigentlich sogar Spaß. Wir werden es gleich dann sehen. Und dann habt ihr halt Ruhe und könnt selber wachsen. Also da, ja, das ist halt eben der Kompromiss, den man da eingehen muss. Du, was ist denn das eigentlich, das Kettenwachs? Ja, das Kettenwachs ist aus Wachs, Eva. Bienenwachs? Bienenwachs, ist es vegan? Das werden wir uns jetzt anschauen. Das haben mich wirklich Leute gefragt auf Instagram. Also es ist nicht aus Bienenwachs? Genau, es gibt hier einmal die normale Variante jetzt, die ist für uns wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Das ist einfach Paraffinwachs. Hier noch mit einem Additiv, glaube ich, damit es eben flüssig ist. Ich glaube, es ist sogar einfach nur Wasser. Es ist gar kein spezielles Additiv. Es ist einfach Paraffinwachs. Wie man es beispielsweise auch aus den Kerzen kennt, wird aus Erdöl gewonnen. Also ist es auch vegan dann wahrscheinlich. Auf jeden Fall, keine Bienen mussten dafür sterben. Keine Angst. Gibt es eigentlich einen Bienenkettenwachs? Das wäre eigentlich auch ganz cool vielleicht. Aber ja. Ist halt trotzdem nicht so nachhaltig, finde ich. Keine Ahnung, geht es überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nee, aber Erdöl. Fahrrad, Fahrrad, Bienenkettenwachs. Da wäre ich, naja, egal. Ja, spannender finde ich dann diese beiden. Wir haben jetzt hier einmal Grafit und Graphen. Es ist jeweils beigemengt. Kohlenstoffverbindungen. So super genau kann ich es euch auch nicht erklären. Es sorgt einfach dafür, dass es leichter läuft. Weil Grafit und Graphen eine ganz besondere Kohlenstoffverbindung drinnen haben. Nämlich sind die so zweidimensional und nicht so übereinander aufgebaut. Das ist beim Graphen zumindest der Fall. Beim Graphen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Glaube ich eigentlich nicht, dass es stimmt. Aber das Coole beim Graphen ist eben, dass es einlagig ist. Da müsste man jetzt aber relativ in die Chemie einsteigen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Das müsste man vielleicht noch mal im eigenen Video machen. Grafit ist eben so ein bisschen die Kompromisslösung. Das wäre dann meine Wahl. Übrigens mit meinem Kotverkehr 10 kriegt es, glaube ich, für 24 Euro oder so. Ist auch aus meiner Sicht der Preis-Leistungssieger. Weil das Graphenwachs, die Eva hat es eh schon gut angesprochen, das sind ganz spezielle Kohlenstoffverbindungen. Die muss man super aufwendig gewinnen. Und deswegen liegt man hier auch beim Preis von 69 Euro. Das ist einfach deswegen, weil das Graphen so ultra teuer ist. Ihr könnt euch da selber mal informieren. Ich habe auch recherchiert. Das ist wirklich spannend, was man damit alles machen kann. Aber das müssen wir jetzt wirklich auf ein anderes Video vertagen, weil dann wird es doch zu komplex. Hier das Lillane würde ich mir jetzt zumindest kaufen. Das reicht dann so bis 4.000 bis 5.000 Kilometer. Das Grüne habe ich jetzt am Pendelrad. Und das Graphen ist dann doch eher so ein Luxusding. Das ist jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht für uns Graveler zumindest gar nicht so interessant. Das würde ich dann wahrscheinlich eher beim Rennradfahrer, beim Triathleten sehen, der dann wirklich aufs letzte Quäntchen Performance setzen würde. So, und ich zeige euch jetzt, wie man den Antrieb richtig säubert, wie man die neue Kette richtig entfettet und wie man dann die Kette richtig wachst. Viel Spaß dabei! Wir gehen jetzt alle Arbeitsschritte durch, die man beachten muss, wenn man die Kette wachsen möchte, und zeigen das an der Kette von meinem Gravelbike. Um die Kette richtig zu säubern, haben wir mehrere Methoden vorbereitet. Darauf werden wir später genauer eingehen. Von ganz leicht bis ein bisschen kompliziertere Methoden, damit auch ihr das zu Hause nachmachen könnt. Und zwar vom Bremsenreiniger zur Nitroverdünnung bis zum Ultraschallbad. Also ein paar ganz spannende Sachen dabei, das schauen wir uns gemeinsam an. Also wir machen jetzt erst einmal den Antrieb sauber mit dem Gartenschlauch, weil die alte ölige Kette kommt ja dann weg. Aber der Rest muss auch sauber sein. Genau, wenn wir eine neue Kette, die werden wir uns gleich anschauen, die muss man nämlich auch erst noch sauber machen. Ich glaube, das ist schon ein Riesenmythos, dass man eine neue Kette nicht sauber machen muss vor dem Wachsen. Ganz im Gegenteil, wenn wir gleich darauf eingehen. So, ich nehme jetzt hier die neue Kette und tue das erste Mal mit Bremsenreiniger einsprühen. Wir haben die jetzt mit einem Bremsenreiniger einmal kurz eingesprüht und dann in eine Nitroverdünnung eingelegt. Während die Kette in dieser Nitroverdünnung eingelegt ist, bin ich rund in den Garten gegangen und habe den Rest mit dem Gartenschlauch abgeputzt. Das ist aber nicht ganz so gut gegangen, deswegen habe ich mir dann noch den Bremsenreiniger zur Hilfe geholt, wo dann wirklich bei der Kassette hinten der ganze Dreck wirklich gut rausgegangen ist. Da auch der Hinweis vielleicht an euch, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich die ganze Kassette runternehmen und auch über Nacht einweichen lassen. Meine Kassette kann man leider nicht in Einzelteile zerlegen, aber wenn das bei euch geht, dann wäre es am besten, man legt die Einzelteile über Nacht in die Nitroverdünnung oder wenn man eins hat, kann man es auch ins Ultrabad schmeißen. Bitte achtet darauf, dass wirklich alle Komponenten fett- und ölfrei sind. Diese Kette hat jetzt ungefähr einen halben Tag eingeweicht, sicher vier bis fünf Stunden. Wir waschen die jetzt kurz im Wasserhahn ab und dann geben wir sie ins Ultraschallbad. Hier haben wir jetzt unser Profi-Ultraschallreinigungsgerät für echte Profis, so wie wir. Genau, wir sind nämlich die Profis. Und wir erklären euch jetzt, wie das Gerät funktioniert. Also eine Sache mal, man muss es immer mit Wasser drin benutzen. Man kann auch noch so Reinigungsmittel dazugeben, zeigen wir euch gleich. Hier kann man jetzt auch noch die Temperatur einstellen. Dann macht es das Ganze heiß. Und hier haben wir einfach den Timer, wie lang sollen die Ultraschallwellen, die hier durchgehen, den Reinigungsvorgang praktisch machen. Ja, eine Sache habe ich gestern noch ausprobiert. Ich habe einfach das Einmachglas mit der Nitroverdünnung da reingestellt. Das kann man nämlich auch machen. Dann hat man theoretisch nochmal eine extra Reinigungswirkung. Aber dann unbedingt die Temperatur hier ausschalten. Also nicht, dass ihr das erhitzt, gerade mit Waschbenzin drin oder so. Ist, glaube ich, keine gute Sache. Und fragst du ruhig lieber nochmal den Radmechaniker oder Apotheker für Risiken und mögliche Verpuffungen oder Explosionen. So, wir heizen jetzt das Gerät auf 60 Grad vor und holen uns dann das Reinigungsaddit. Hier haben wir dieses Reinigungsmittel. Das kommt schon mit dazu, oder? Das gibt es beides bei Optimize im Shop. Und wie gesagt, man muss es nicht kaufen, aber wenn man da Bock drauf hat und richtig Spaß an der Kettenreinigung hat, ist es, glaube ich, eine coole Sache. Ja, wir haben extrem viel Spaß. Ein Extremreiniger, perfekt. Genau, wir sind ja auch extrem, extreme Profis. Wir, extreme Unterfahrer. Genau, und da steht jetzt drauf, 5 bis 20 Prozent. Also einfach mal einen ordentlichen Schluck da reingeben, bitte. Genau, das hat schon so eine komische Farbe. Ja, genau, aber die Jungs von Optimize werden schon wissen, dass das das Richtige ist. Genau, weil da gibt es nämlich auch nochmal 20 verschiedene, aber das ist ja der EM 900. So, wir geben jetzt die Kette ins Ultraschallbad. Man kann die Kette auch aufrollen auf so einem Draht, damit kommt man sie ja vielleicht wieder raus. Aber wir geben sie jetzt einfach so ins Körbchen. Und dann machen wir 2 mal 10 Minuten baden. Ultraschallbaden. Ultrabaden. Genau, übrigens wichtiger Hinweis, sobald das Ganze anhisst, auf keinen Fall da reinlangen, das ist nämlich gesundheitsschädlich. Nicht nur wegen der Hitze, auch diese Ultraschallwellen sind wohl nicht so super gesund. Aber da weiß ich auch nicht viel drüber. Ich finde aber so das Gefühl, da so richtige, weiß ich nicht, so richtig gefährlich ist. Das ist so eine richtige Maschine. Ich hatte gestern auch Angst, als ich da die Nitroverdinnung reingestellt habe. Und vor allem das Geräusch ist auch ziemlich lustig. Ich mache bitte mal den Timer auf 10 Minuten, dann werden wir es eh gleich hören. Ja, ein bisschen gefährlich klingt es, aber es soll wohl so sein. So, wir sind jetzt hier schon gleich fertig mit unseren 2x10 Minuten. Davor wollte ich aber noch sagen, wir haben hier den 2 Liter Ultraschallreiniger. Es gibt ihn auch ein bisschen größer, mit 3 Litern. Und das ist insofern cool, weil man dann auch vielleicht die Kassette reinpacken kann und dort auch noch den Schmutz wegbringt. Also checkt es unbedingt vorher die Abmessungen und ich glaube, theoretisch könnte man hier auch schon eine kleine Kassette reingeben. Ja, sieht gut aus. Hier ist jetzt unsere Kette drinnen. So, dann halten wir die jetzt wieder unter fließendes Wasser. Dafür gehen wir jetzt kurz wieder in die Küche. So sieht die Kette dann aus, wenn sie gereinigt ist. Dazu gibt es auch noch das passende Kettenschloss. Das habe ich auch noch gereinigt. Wir montieren jetzt die Kette und danach werden wir sie wachsen. So, wir haben jetzt die alte Kette neben die neue Kette gelegt, weil die brauchen wir ja für die Bemessung der Länge. Das heißt, ich werde jetzt die neue Kette ungefähr hier durchnieten und da montiere ich sie im Fahrrad. So, das... Weiß ich nicht. Und das benutzen wir jetzt. Der letzte Step. Wir geben jetzt das Wachs drauf. Was ist das für ein Wachs? Das ist hier das Graphenwachs. Von? Von Optimize. Jetzt tun wir es noch mal schön eindrehen, damit sich das Wachs schön in die Pins einarbeitet. Lassen wir es übernachstehen. Dann schalten tun wir aber nicht. Ne, man braucht tatsächlich gar nicht schalten, weil es ja wirklich nur, das Wachs muss wirklich nur hier in den Pins drin arbeiten und es muss gar nicht jetzt überall drauf sein auf der Kassette und so. Jetzt sind wir fertig. Jetzt lassen es aber noch ein paar Stunden trocknen vor der ersten Fahrt. Danke, Eva. Ich glaube, jetzt wissen alle, was zu tun ist. Ich habe euch ja den Bonustipp am Ende versprochen. Da zeige ich euch dann noch mal so eine super easy Solution. Aber so, wie du es jetzt uns erklärt hast, macht es schon wirklich Sinn. Achtet bitte nur darauf. Benutzt auf jeden Fall nur Bremsenreiniger oder Nitroverdünnung. Nicht irgendwie Waschbenzin. Es ist wirklich wichtig, dass das Ganze restentfettend ist. Ja, wichtig ist, das Wachs trocknen zu lassen und dann, wenn ihr fahrt, circa alle 200 Kilometer, vielleicht auch schon früher oder mal später, je nachdem, nachzuwachsen. Lasst es dann immer ein bisschen trocknen. Am besten nach der Fahrt immer machen. Und nach jeder Regenfahrt mache ich es beispielsweise auch neu drauf. Genau wie beim Öl. Weil wenn der ganze Antrieb trocken ist, kann es auch sein, dass Flugrost drauf ist. Es macht komische Geräusche. Deswegen einfach ab und zu dann auch nachwachsen. Ja, ich hoffe, wir sind jetzt auf die wichtigsten Punkte eingegangen. Wenn ich noch was vergessen habe, Vor- oder Nachteile oder generell wichtige Tipps, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und jetzt wird es, glaube ich, echt spannend für euch. Jetzt geht es nämlich zum Fazit. Was sage ich jetzt noch? 800 Kilometer am Schurli. Die Eva hat ja jetzt auch den gewachsenen Antrieb. Kann aber, glaube ich, noch nicht so ultimativ viel dazu sagen, oder? Nein, ich bin erst 100 Kilometer oder so noch mitgefahren. Aber erster Eindruck ist schon nicht schlecht. Jetzt aber, Fazit, was sage ich jetzt? Ich habe jetzt echt schon, seit wir das Fahrrad hier beim Radplatz aufgebaut haben, haben wir damals mit Kettenwachs direkt gestartet. Ich sage euch jetzt mein Fazit. Und mein Fazit ist, ich bin voll zufrieden. Es hat wunderbar funktioniert. Ich habe seitdem kein einziges Mal die Kette putzen müssen. Wahrscheinlich, naja, man hätte sie wahrscheinlich schon mal putzen können. Habe ich aber nicht gemacht. Sie schaut immer noch top aus, muss man sagen. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich bin da, was diese ganze Pflege angeht, jetzt auch nicht so der allergründlichste. Ich fahre dann lieber. Ich putze lieber. Genau, die Eva putzt zum Beispiel. Lieber so ergänzen, wir uns perfekt. Nee, Spaß. Wir hassen beide Fahrradputzen, muss man ganz klar sagen. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch solche Wachs-Fans. Was man auch noch dazu sagen kann, ich meine, ob ich jetzt da 3 Watt spare mit dem Graphenzeug, keine Ahnung, merke ich ja nicht. Was mir aber aufgefallen ist, dass es überhaupt keine negativen Sachen hatte. Also ich bin damit durch den Regen gefahren, war kein Problem. Ich habe lang nicht nachgewachst. Es war auch kein Problem. Es hat nie Geräusche gemacht. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo sich einige schon Gedanken machen beim Kettenwachs. Wie gesagt, kann ich jetzt gar nicht bestätigen und ich hatte eigentlich überhaupt keine Probleme jetzt seitdem. Da kommen drei. Ja, und diese ganzen Vorurteile oder Sachen, die vielleicht schlecht sind am Wachs, habe ich zumindest jetzt in der Praxis überhaupt nicht erlebt. Wir können euch natürlich diesbezüglich gerne am Laufenden halten. Somit. Ja, machen wir ja eh eigentlich immer. Wir machen ja jeden Sonntag gibt es ein neues Video. Jetzt aber zum nächsten Punkt und zwar das Thema Regenanfälligkeit. Ich glaube, einige haben Angst, sobald das Zeug mit Wasser in Verbindung kommt, dass es dann irgendwie hier aufhört zu funktionieren, kann ich jetzt aber so nicht bestätigen und ich muss sagen, es hat eigentlich für mich ähnlich wie Öl auch mal einen Regenguss ausgehalten und man kennt ja beispielsweise auch von der Autowäsche dieses Wachs, was man am Ende noch so nachbehandelt, wo dann das Wasser so abperlt. Also man kann ja schon sagen, dass das Wachs auch wasserabweisende Eigenschaften hat. Jetzt fragen sich natürlich alle, warum kenne ich mich so gut mit Autowäsche aus. Auch ich habe eine dunkle Vergangenheit. Hinter dem Lenkrad, genau. Macht aber schon Sinn, finde ich auch, ein Fläschchen unterwegs dabei zu haben, weil man schon deutlich öfter nachwachsen muss, zumindest was ich so gehört habe, als wenn man Öl hat. Echt? Ja, wir haben jetzt letztens mit Marc zum Beispiel geredet, der meinte, er hat irgendwie am Tag zweimal nachgewachst, auf einem Offroad-Bikepacking-Rennen ist dann vielleicht wieder was anderes dort. Ich möchte dazu sagen, dass man schon etwas mehr sich damit beschäftigen muss und man muss schon darauf achten, dass eben das Wachs auch im System wirklich ist. Ja, eine Sache muss ich jetzt noch zur Benutzerfreundlichkeit sagen. Ich habe zum Hubschrauber. Ja, Thema Benutzerfreundlichkeit. Man muss sich schon etwas mehr im Vorhinein damit beschäftigen als beim Öl. Man muss sich schon ein bisschen auskennen, man muss erst mal wissen, man muss das alles entfetten und so weiter. Wenn man das einmal drauf hat, dann ist es aber eigentlich genauso easy zu benutzen wie Öl. Man muss nur dazu sagen, es ist schon, man braucht ein bisschen mehr Zeit invest. Wenn man sich dann einmal damit auskennt, ist es aber eigentlich gar nicht mehr so schwierig und wenn ich zurückdenke, wie ich immer mit einem kleinen Schraubenzieher da gesessen bin und so den Dreck aus den Schaltröllchen so rausgeholt habe, das war dann immer so an den Fingern, dann hat man es wieder abgewischt, dann hat man weitergemacht, dann hat man so das nächste Schmandbällchen rausgeholt. Das vermisse ich wirklich gar nicht, muss ich sagen und da definitiv Pluspunkt beim Wachs. Eigentlich so gut wie jeder Vor- oder Nachteil endet dann mit dem Fazit, dass man nichts sauber machen muss. Ich weiß, ja, bei dir ist es echt so sauber gleich. Bei mir, das ist ja so. Ja, aber ich störe das nicht, wenn ich mir Fahrrad putzen muss. Das ist ja, ein Auto tust du auch putzen manchmal. Ja, genau. Also ich werde jetzt an all meinen Fahrrädern nach und nach auf Wachs umbauen und werde euch auch da mitnehmen. Also es wird in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Wachs-Content geben. Schauen wir einfach mal. Wachs, Wachs, Wachs. Genau. Aber nur das von Optimize. Ja, Thema Preis-Leistung. Ihr bekommt das Grafit-Kettenwachs hier mit meinem Code Verkehr 10 ja für 24 Euro. Habe ich glaube ich jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt. Lasst euch da jetzt von mir auch nicht allzu sehr triggern. Falls ihr es schon im Warenkorb habt, trotzdem Daumen hoch von mir auf jeden Fall. Die anderen nicht. Kriegt man auch günstiger. Ihr bekommt natürlich auch auf die Rabatt, aber das wäre halt meine Empfehlung. Ihr könnt auch ein anderes. Das günstige könnt ihr nehmen. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und das Graphen, ja, wer es sich leisten kann, why not? Wir benutzen eigentlich auch nur das ganz teure, weil wir es halt gratis bekommen. Ich hätte es mir selber jetzt so nicht gekauft. Aber das Graphen, wie gesagt, wäre meine Wahl. Ich wollte aber schon noch noch kurz darauf eingehen, dass es tendenziell ein bisschen teurer ist, als wenn ihr euch einfach ein billiges Kettenöl kauft. Klar, es gibt auch noch teurere Kettenöle und ich glaube 24 Euro wäre jetzt auch beim Kettenöl kein Preis, der jetzt aus den Socken haut. Also ist jetzt auch, finde ich, gar nicht so teuer dann dafür. Was ihr noch braucht, sind dann entsprechende Reinigungsmittel, um die Sachen ölfrei zu bekommen. Genau, da kann ich jetzt eigentlich auch schon reingrätschen. Mit meinem Bonus-Tipp habe ich ja für das Ende versprochen. Und zwar, ihr könnt euch einfach nicht im Baumarkt den Bremsenreiniger kaufen. Der kostet eine Flasche irgendwie sieben Euro, zumindest bei uns, beim OBI. Aber auf Amazon gibt es irgendwie den Fünfer- oder Sechser-Pack für 16 Euro oder so. Und das ist dann schon eine ordentliche Menge. Und da könnt ihr eigentlich mit einer Dose kommt ihr dann schon weit. Und dann habt ihr sogar noch ein paar Dosen Bremsenreiniger übrig. Also das ist eigentlich so mein Hot-Tipp. Und so würde ich das wahrscheinlich machen, wenn ich jetzt das möglichst simpel irgendwie angehen wollen würde. Auch wenn das jetzt theoretisch ein bisschen teurer ist als ein billiges Öl, man muss dazu sagen, dass die Komponenten ja länger halten. Und wenn man sich jetzt anschaut, was so eine Dura-Ace-Kette kostet oder die teureren SRAM-Kassetten, das geht ordentlich ins Geld. Und wenn das alles ein paar tausend Kilometer hält, dann könnte man fast eigentlich sagen, dass das Wachs euch sogar im Endeffekt Geld spart. Das müsst ihr für euch wissen, wie lang es denn wirklich hält. Macht aber Sinn aus meiner Sicht. Wer mehr zum Thema Finanzen hören will, kann sich gerne auch mein Video anschauen. So teuer ist Gravelbiken wirklich. Ja, und aus meiner Sicht kriegt man dafür relativ wenig Geld, auch schon relativ viel Fahrrad-Hobby zurück. Du meinst, man spart sich jetzt so die Investition in neue Laufräder, in Carbon-Schnickschnack und sowas, oder wie? Verglichen mit dem, was man zum Beispiel für Carbon ausgibt und ja, wie wenig das dann am Fahrrad erneuert praktisch, habe ich das Gefühl, dass man hier für, weiß ich nicht, 20 Euro das Wachs und dann nochmal 20 Euro den Bremsenreiniger, da kann man sich schon ein paar Stunden mit beschäftigen, man hat irgendwie Freude dran, man hat auf einmal einen gewachsenen Antrieb und das macht schon wirklich einen ordentlichen Unterschied, wie das Fahrrad fährt, wie sich es verhält und wenn man jetzt alles, wie du sagst, auf Carbon umbaut, dann hat man einen Haufen Geld umgebaut und dann ist es halt leichter, das Fahrrad. Ich meine, das kann man vielleicht nicht direkt vergleichen, aber vielleicht wissen ein paar von euch, was ich damit meine. Ja, probiert es gerne mal aus, wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, wenn nicht, dann hoffe ich, habt ihr zumindest was gelernt und an alle leidenschaftlichen Kettenputzer da draußen, nehmt es mir jetzt nicht übel, dass ich mich die ganze Zeit darüber ausgelassen habe. Mir macht es einfach keinen Spaß, ich kenne aber auch viele, die sich da gerne mal Sonntagnachmittag hinsetzen und eine Stunde vielleicht irgendwie rumwurschteln, verstehe ich auch irgendwo, meine Sache ist es nicht, aber habe ich auch Respekt davor, muss ich jetzt nur an dieser Stelle noch sagen. Ansonsten gerne eure Meinung dalassen, schaut es gerne mal bei Optima ist vorbei, vielen Dank nochmal, dass wir das hier alles einfach so ausprobieren dürfen, das ist auch für uns cool. So, das war es dann auch schon wieder von uns, wir hoffen, das Video hat euch gefallen, es war mal ein bisschen was anderes und lasst gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da und ja, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt nach Hause und wir sehen uns für den nächsten Ride. Gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr. Vielen Dank, Vielen Dank.